Herzlich Willkommen zu Mit Ansage und Absicht, dem Schönsten, den Besten, den Gutaussehendsten Podcast über Podcasts aller Zeiten. Den Bestgebräuntesten auch Tina, seit du ja in Italien warst. Genau, genau, das bestätige ich. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Luisa Abraham. Yes. Luisa, es ist was ganz Aufregendes passiert und wir wollen das mit euch ZuhörerInnen teilen. Wir haben, jetzt bin ich ja selber total gespannt. Ist ein bisschen aufregend jetzt. You got mail, you got fan mail. Ich sag's dir, also wir haben eine Fan-Mail bekommen, eine von vielen. Aber eine, die uns, die fanden wir süß. Die fanden wir nicht nur süß, die fanden wir besonders toll, weil das eine Fan-Mail einer anderen Podcasterin war, eines sehr erfolgreichen True-Crime-Formats. Ich will jetzt nicht einfach ihren Namen nennen, weil sie weiß ja gar nichts von ihrem Glück. Aber wir beide haben uns dumm und dusselig gefreut, weil sie uns gelobt hat für unseren Podcast. Und sie meint, das wäre ein super lockeres Branchen-Update. Es würde sich anhören, als würde man uns bei einer Party belauschen. Ich sag mal so, uns darf man eigentlich nicht bei einer Party belauschen. Das klingt, wenn ich das sagen darf, wirklich anders. Das sind die Dinge, die immer rausgeschnitten werden, weil sie entweder zu explicit oder non-PC sind. Na, warte auf meine Podcast-Empfehlung heute. Oh Gott. Haben wir hier schon explicit vorgesetzt? Na, müssen wir dann vielleicht machen. Gut, wir fangen einfach aber trotzdem mal an. Also Shoutouts an die liebe Podcasterin, die uns diese super liebe Mail geschrieben hat. Ich habe mich ganz doll gefreut. Und Tina auch? Ich auch. Und ich habe sogar gezeigt, was für mich ungewöhnlich ist. Das stimmt. Du warst kurz vorm Ausrasten. Fast so wie unser Produzent, der hier eingangs zwei richtig gute Dinger gerissen hat, die ihr leider noch nicht gehört habt. Zu mir wurde gesagt, bei dir habe ich kurz gezuckt. Ich kenne das. Sage ich mal so. You are getting that a lot. Die Menschen zucken öfter mal bei mir. Und du, Tina, du schmierst dich hier so rein. Ich schmier mich hier so rein, ja. Was genau? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. So schmierig kommst du mir gar nicht vor. Ich mir auch nicht. Aber jetzt muss ich gleich nochmal in die Meditation gehen. Das ist vielleicht die Hitze. Es ist doch alles. Es ist ja auch warm. Hier in Berlin ist warm. Ich versuche, meine Klamotten anzubehalten, während wir diese Aufnahme machen. Aber ich kann für nichts garantieren. Du willst die Leute anfüttern, ne? Die sollen den Insta-Account jetzt stalken und gucken, ob da irgendwelche E-B-Videos sind. Ich möchte, dass wir diese Explicit-Kennzeichnung kriegen, weißt du? So, I'd do anything for that. Das sind nicht mehr Hashtag-Life-Goals? Genau. Ich weiß noch nicht, wie ich das meiner Familie erkläre. Der Podcast, den sie sich wünschen, dass sie ihn sehen könnten. Zu Gottes Willen. Aber ich habe alle Worte richtig ausgesprochen. Und das ist für mich eine echte Leistung. Das ist für dich also die Uhrzeit, der Tag, alles. Tina, erste Jahreshälfte ist rum. Ja. Was sagst du? Was machen deine Sportarten überhaupt? Ah, bringt mir nicht so... Wir waren doch bei dem Thema Vorsätze. Und hier saß auch irgendeine Person, ich weiß es nicht. Es klingelt mir noch in den Ohren. Eine Person von uns beiden hatte ja hier Vorsätze mit ungefähr acht Millionen Sportarten. Wie läuft's denn so? Also ich muss zu meiner Verteidigung. Oh, es geht schon mit einer Verteidigung. War das auch eine dieser Sportarten? Nee, hört zu. Also normalerweise für die HörerInnen, die es nicht interessiert, ich laufe und mache diese Yoga-Geschichte regelmäßig. Oh, letztens ist ein LKW an mir vorbeigefahren. Tina, da musste ich sehr lachen. Leider konnte ich nicht schnell genug ein Foto machen. Da stand drauf, Bier ist mein Yoga. Ich habe mich sehr verstanden gefühlt. Da hören wir wieder, wo das Ying und Yang hier sich befindet in dieser Podcast-Beziehung. Also ich mache ja schon was, aber ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ich möchte gerne Karate ausprobieren und Nordic... Was war denn das? Nordic... Nordic Stalking. Oh, what is that? That sounds interesting to me. Das erzähl ich mir nachher. Ja, Nordic Skating. Das war's. Das ist wie Biathlon bloß für den Sommer. Wenn ich das schon höre, geht in mir irgendwas kaputt. Biathlon ist doch toll. Laufen und Schießen, mich spricht es an. Und ich dachte, ich fange schon mal mit dem Laufpart an und ich kann es ja nicht und deswegen habe ich mir so Skates gekauft und jetzt liegen die in meinem Flur unter der Sitzbank und warten darauf, dass ich sie benutze. Nummer eins Sportart, Nummer zwei Karate. Also es ist so. Ich habe da schon angefangen und es begeistert mich total. Man muss aber, um zu diesem Kurs zu gehen, schon so ein Grundwissen haben. Und ich gehe ja viele Dinge sehr pragmatisch verkopft an und kaufe mir immer erst mal so fünf Bücher, die ich denke, dann durchlesen muss, damit ich da durch... Wer sagt das? Das ist so ein inneres Gefühl. Ich habe diesen scholastischen Approach. Wow. Und deswegen habe ich die Bücher auf alle Fälle schon mal besorgt und bin dabei, das erste durchzulesen. Das kann ich schon mal sagen. Und dann gehe ich bald wieder hin und ich bin angemeldet in so einem Karate-Verein. Und Leute, wenn ich das regelmäßig mache, ich will nichts sagen, aber Verhandlungen mit mir, ihr trefft mich auf der Straße, das sind dann Dinge, da müsst ihr das im Hinterkopf behalten. Ich sage es nur. Mhm. Macht ja nichts. Also meine Vorsätze, kann ich jetzt gleich mal sagen, alle erfüllt, ne? Ja, hat es ja keiner. Das ist mir zu einfach. Weißt du, das kann ja jeder. Ich nehme mir wenigstens was vor. Nee, 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 mein Fräulein. Prokrastinieren kann auch nicht jeder. Das muss man sich auch hart erarbeiten, ne? Langeweile ist in... Also das ist auch harte Arbeit, Tina. Ich finde dieses... Das ist so gut. Mein Fräulein, habe ich das letzte Mal gehört, als ich acht Jahre alt war. Ich glaube, da habe ich das auch das letzte Mal. Ja, jetzt gesagt, zu meinen Nichten. Fräuleinchen. Fräuleinchen. Also, Luisa, das ist der Stand. So geht es mir mit dem Sportarten. Aber ich bleibe dran. Ich bin immer noch motiviert. Ich möchte in der Lage sein, mit meiner Handkante, Tische und Beton Dinge zu zerschlagen. Ich glaube, das soll nicht so sein. Ich glaube, das Universum... Möchte das nicht? Universum möchte das nicht. Ich möchte das. Und das Universum kann ja mal mit mir reden darüber. Na ja, gut. Klimawandel und so. Was kannst du da noch kaputt machen? Eben. Eben. Kann ja nicht mehr schlimmer kommen. Ist gut. Luisa, aber du nach so einem halben Jahr und quasi der... Wie sagt man denn da? Berghälfte. Wie sagt man da, wenn man so auf den... Bergfest? Bergfest. Alter Schwede, ey. Erste Berghälfte. Ich habe es ja nicht so mit... Ja, Leute. Das ist doch... Ich komme von der Küste. Da gibt es kein Bergenett. Da gibt es auch keine Berghälfte und auch kein Bergfest. Aber Luisa, wie fühlt es sich an? Du warst ja am Anfang total begeistert, dass wir diesen Podcast machen und hast sofort beide Daumen hoch gemacht, als ich gesagt habe, lass es uns tun. Ja, jeder weiß, also jeder aus meinem näheren Umfeld weiß, dass ich innerlich eigentlich schon tot gewesen bin, als ich das Studio das erste Mal betreten musste. Weil ich ja gerne so im Hintergrund schille und meine Ruhe mein größtes Gut ist. Nun läuft das konträr zu einem. Luisa, wir machen mal einen Podcast, den alle Leute hören. Es tut gar nicht mehr weh, Tina. Das reicht mir. Mir auch. Das reicht mir. Keine Schmerzen. Das ist die Basis einer wunderbaren Arbeitsbeziehung. Also, Tina, es tut gar nicht mehr weh und hauptsächlich deshalb, weil wir so viel positives Feedback bekommen haben von ganz, ganz vielen branchenfremden Personen, auch so aus meinem Freundeskreis und aus dem Umfeld, die sagen, ach, ich höre einen Podcast, das ist ja so lustig, so unterhaltsam. Ich habe gedacht, okay, wir müssen jetzt einen Comedy-Spin-off machen oder irgendwie das Genre wechseln, weil ich dann immer gefragt habe, aber es ist doch ein B2B-Podcast und das ist doch eigentlich Business. Ja, ja, das skippe ich. Ich höre mir nur an, was ihr dann da Lustiges erzählt und ja gut, Leute, also wenn ihr einen Comedy-Spin-off haben wollt, Tina guckt gerade total begeistert. Das wäre meine Revanche sozusagen. Dann schreibt uns doch einfach, schreibt uns doch eine Fan-Mail. Genau, wenn ihr wirklich uns beim, wir sind in einer Bar oder sind auf irgendeinem Event und quatschen so, wie wir uns normalerweise unterhalten, hören wollt, dann lasst es uns wissen, mir wird so ein bisschen mulmig jetzt schon so im Magen, aber Luisa strahlt so und wenn immer Luisa strahlt, dann freue ich mich mit. Ja, ich kann es nur nicht so zeigen. Ja. Gut, nachdem wir das geklärt haben, Luisa lebt noch für alle, die sich Sorgen gemacht haben, dass sie die ersten Folgen unseres Podcasts nicht überleben würde aus schierem Antagonismus, dann kann ich euch alle erleichternd entwarnen. Was sagt man denn da? Oh Gott, ey, Tina Jung. Es ist warm in Berlin. Ja. Mein Sprachzentrum ist, ihr wisst ja, wie das ist. Ihr habt ja ein bisschen Erfahrung mit mir. Es ist schwierig, manchmal mir zu folgen, aber mir nahestehende Personen always get the meaning. Mehr möchte ich nicht sagen. Wir möchten jetzt aber auf alle Fälle mal back to business kommen. Jetzt haben wir genug geflachst. Yes. Pod News Time, it is. Und ich werde euch mal erzählen, was so los war in den letzten Wochen und beinahe ich gesagt Monate, aber bestimmt nicht, weil in den Monaten davor gab es ja auch schon eine Folge. Also letzte Wochen. Aber ehrlich, ich muss auch sagen, ich sage das deshalb, weil ich habe jetzt schon wieder für die letzten Tage so viele News aufgeschrieben. Das ist immer so viel, dass man denken könnte, es sind drei Monate vergangen und es ist alles da passiert. Aber nein, das ist mal gerade das der letzten, weiß ich nicht, drei Wochen max. Und trotzdem, diese Branche hört ja nicht auf, völlig wild zu sein. Also der Newsflash. Luisa. Yes. Einmal durchatmen und los geht's. Audio Boom hat ein Profit Warning veröffentlicht. Das heißt, sie haben darauf aufmerksam gemacht, dass sie weniger Umsatz und Ergebnis erwarten, als sie ursprünglich prognostiziert haben. Das, ja, korrespondiert ja auch mit unseren Marktbeobachtungen und dem, was wir so besprechen hier, nämlich, dass der Markt sich etwas konsolidiert und natürlich durch Covid, Inflation und Krieg beeinflusst ist. Audio Boom ist eine englische Firma. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, schaut es gerne mal im Internet nach. Es ist eine sehr sympathische Firma aus UK. Acast hat eine Self-Service-Ad-Plattform gestartet, wo man selbst Ads buchen kann. Podimo, die ja bekannt sind als Subscription Service, haben ein Aufnahmestudio in Madrid, in Spanien, gelauncht und ins Leben gerufen. Auch spannend. Was mich aber tatsächlich verwundert hat, war, dass die Produktions-Company Plan B oder Plan B von Brad Pitt jetzt auch in das Thema Audioproduktion einsteigt. Die haben da tatsächlich nicht nur Filmprojekte vor, sondern jetzt auch Audioproduktion. Das zeigt aber eben auch, dass selbst Hollywood-Größen dieses Feld für sich weiterhin entdeckt haben und weiter ausbauen werden. Serious XM schließt Stitcher, um die eigene App im Herbst zu launchen. Jetzt wissen das vielleicht nicht alle, Stitcher, nicht jeder kennt die App, aber ich glaube, die Leute in unserem Business kennen bestimmt die Stitcher App. Auch schon seit Anfang des Businesses eigentlich am Start. Die gehören aber zu Serious. Und Serious hat halt gesagt, okay, wir inkorporieren sozusagen diese App, machen die platt und launchen selbst was Größeres, was auch vom Branding her wahrscheinlich eher Serious heißen wird und nicht Stitcher und so weiter. Also da ist es gleich konsequent, das auszubauen. Ich bin gespannt, wie die App im Herbst ausschaut und wo wir schon bei App sind, weil wir es ja beim letzten Mal hatten. Da hatten wir die New York Times Audio App, Ordem, die App, wo eigentlich Artikel, nicht nur aus den New York Times, sondern ich glaube auch aus The Atlantic und so weiter, quasi vorgelesen werden. Die wird eingestellt und verweist jetzt auf die New York Times App. Also in diesem App-Bereich passiert offensichtlich gerade ganz, ganz viel. Wir werden da weiter ein Auge drauf haben, worauf wir auch ein Auge haben. Die MA Podcast wird jetzt erweitert um Informationen, die die Nutzung der User abbilden sollen. Also wir kriegen dafür Informationen, aber auch soziodemografische Informationen zu den NutzerInnen selbst. Wir werden uns das natürlich angucken, ob das funktioniert, wie diese Daten aufgestellt sind, ob man was damit anfangen kann. Da machen wir bestimmt mal ein Special in der nächsten oder übernächsten Folge. Was mich aber irgendwie beglückt und erstaunt hat, ist, dass die Australier an der Spitze der Podcast-Nutzung stehen. Das ist krass, ne? Who would have guessed? Ja, ich dachte ehrlich gesagt, die Skandinavier. Ich dachte das auch, aber die Ossis, also wir, ich rede jetzt mal nicht von, ich weiß nicht, internationaler Blick, Luisa. Die Ossis. Die Ossis, aber die, so. Die haben eine monatliche Podcast-Nutzung in der Bevölkerung von 43 Prozent. Das ist mehr, als die Amerikaner haben. Das ist stark. Und das finde ich schon richtig stark, hätte ich auch nicht gedacht. Naja, Commuting-Medium, weite Wege, da du siehst, bei mir, der Denkapparat ist. Du bist jetzt wach, ne? Ich bin. Okay. Und feier. Was ich auch spannend fand, wir lieben ja Studien in diesem Podcast. Eck hast eine Studie gemacht zum Thema AI bei der Podcast-Produktion und hat abgefragt, wie das die Nutzer, also die HörerInnen von Podcasts so finden. Und die finden das gar nicht schlecht. Die finden das vor allen Dingen gut, wenn es die Audioqualität von Podcasts unterstützt. Wenn man Übersetzungen bekommt in andere Sprache, Transcription, Untertitel etc. pp. Also sozusagen alles um den Podcast herum, was den besser macht. Da sind die NutzerInnen überhaupt nicht kritisch, was AI betrifft. Fand ich auch eine schöne Studie. Und Addison Research hat herausgefunden, dass die Core-Hörer, in Amerika zumindest, von Podcasts Männer zwischen 25 und 34 sind. Leute, ich möchte bei diesen Researches sagen, es gibt doch viele Formate, die dann doch sehr viel weniger von Männern gehört wird. Also so übergreifende Numbers finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich wäre auch mal interessiert, wie die Core-Hörerschaft in Deutschland ist und ob das auch Männer zwischen 25 und 34 sind. Nun gut, insgesamt sozusagen Strich unter den Juni, was die Hörerzahlen und sowas betrifft, gibt es ein Ergebnis einer Studie, die sagt, dass im Juni weniger neue Podcast-Folgen veröffentlicht wurden. Also von neuen Shows, das heißt, im Juni wird weniger neu gelauncht an Shows und damit gibt es auch weniger New Episodes of New Shows. Das fand ich auch ganz spannend, ist aber ehrlicherweise jetzt nicht so überraschend. Viele Podcasts werden im Sommer noch nicht gelauncht, aber insgesamt auch da der Markt konsolidiert sich, fand ich auch eine wichtige Info. So, das ist, ich habe im Grunde alles erledigt. Ich kann jetzt gehen, Luisa, du machst den Rest. Alles erledigt, alles gesehen. Alles gemacht. Tschüssi, bis zur nächsten Episode. Nee, war gut. Nee, ich habe natürlich auch noch ein paar Neuigkeiten gesammelt, die ich ganz interessant fand. Ich würde gleich einmal beim Thema AI einsteigen. Das Thema beschäftigt uns ja hier beide immer wieder und wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben, denke ich mal, in verschiedenen Ausformungen. Tina, sagt man das so? Ist mein schlechter Einfluss auf dich, ich weiß. Das ist einfach grauenhaft. Wir müssen in unterschiedlichen Studios aufzeichnen. Das dürfen wir uns nicht mehr sehen. Ja. Es geht nicht, Luisa. Also, Stichwort AI. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, wir würden jetzt eigentlich empfehlen, dass man sich als professioneller Sprecher oder Sprecherin damit mal auseinandersetzt, dass man sich die Rechte an seiner Stimme sichert, wenn jetzt diese ganzen AI-Voice-Overs kommen und so weiter. Jetzt ist es passiert, Tina. In UK. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute, sichert euch eure Stimme, blättert nochmal eure Verträge durch, für welche Navigationssysteme und was weiß der Fuchs, was für Voice-Overs ihr eure Stimmrechte abgegeben habt, weil offensichtlicherweise jätet da jetzt los. Ich wäre ja sofort beim Anwalt. Du wärst sofort beim Anwalt, weil er zwei Türen weitersitzt bei uns. Ich wäre vor allem bei unserem wunderbaren Anwalt. Shoutout Marius. Oh ja. Dr. Bird. Genau. Die Gewalt. Die Gewalt. Also da kann ich ja sagen, mit ihm willst du keinen Ärger haben, deswegen lass uns da mal beide beraten. Wir sind ja jetzt auch im Grunde berühmt, Fanmail, die Bewertung, la la la, es geht aufwärts. Du siehst uns schon im Mirage in Las Vegas, ne? Live-Tour. Ich tue alles. Alles. Und du weißt, ich hab's mit Merch. Diese Merch-Sache, was ist mit dieser Frau und Merch? It really does something to me. Ich weiß es nicht, aber weißt du, dann gibt's Shirts. Das ist, weil wir in der DDR nix hatten, ne? Ja, wir hatten ja nix. Nur Sandwege und keine Klamotten. Machen wir denn so Jeans-Merch, damit wir uns treu bleiben? Natürlich. Die 80s are back. Oh Gott, ich schieße mir den Kopf. Also weiter. Dann auch eine interessante Entwicklung, die ich ja auch immer schon so ein bisschen unke. Radio. Lineare Radionutzung nimmt immer weiter ab, wissen wir alle. Das heißt, die Radiosender müssen sich eigentlich so ein bisschen anders aufstellen mittlerweile. Und sie waren jetzt so ein bisschen behäbig in den vergangenen Jahren, was das angeht. Auch das Thema Podcast, da sind sie ziemlich spät eingestiegen, wenn man mal bedenkt, dass sie Studios haben, Sprecherinnen, alles vor Ort haben, Redaktionspersonal und so weiter. Ist da ziemlich spät erst was gekommen. Jetzt kündigt ein, das Schweizer Radio und Fernsehen an, SRF, dass sie ihre Strategie komplett ändern und eine digitale Audio-Strategie fahren werden. Und zwar hat das der Leiter für Digitales bei denen in einem Interview angekündigt. Und der Mann hat einen ganz fantastischen Namen. Wahrscheinlich spreche ich ihn falsch aus, aber ich muss. Beat sollte man. Ich bin mir sicher, der heißt Beat oder sowas. Ist das der Schweizer Bär? Nein, es ist ein Beat. In meiner Welt ist es ein Beat. In deiner Welt ist es Beat. Und ich möchte auch gerne Beat heißen. Beat Abraham wird, das wäre doch einfach... Nee, du musst Luisa Beat Abraham heißen. Goddammit. I love it. Vielleicht steige ich noch ins Hip-Hop-Biss ein. Du wolltest ja, hast mir heute Morgen erzählt, du willst ja so eine Pop-Karriere mit uns anstreben. Vielleicht machen wir einfach Hip-Hop, Tina. Ja, da bin ich raus, ne? Schade. Ich bin ja eher so die Sing-Fraktion. Ach, geil. Aber ehrlich, weißt du, Podcast, Show im Mirage, du hast natürlich total recht, das Merch und so weiter. Wir müssen einfach größer denken. Und deswegen dachte ich gleich an Pop-Duo. Ja, ja. Das haben andere auch hingekriegt, ohne dass sie singen konnten. Wir beide können singen. Melli, Vanilli, Tina. Und wie lange ist das hier? Ja, aber der Punkt ist, wir können sogar singen. Das sollte klappen. Ich möchte das alles nicht. So, die nächste Nachricht. Schade, eine habe ich nämlich noch. Es war gerade so interessant. Tell me all about it. Genau, Dis-Q, Q-O, Dis-Co. Wie spricht man das aus, Tina? Dis-Co? Man sagt wirklich Dis-Co? Ich habe doch keine Ahnung. Warum schreiben die das mit Q? Also, D-S... Also, an unsere Hörerin. Wir können weder sprechen noch lesen, offensichtlich. Das sind die besten Voraussetzungen, um einen Podcast zu machen. Überhaupt, die besten Voraussetzungen, in diesem Business zu sein. Magst du nochmal anfangen? Ich komme nochmal frisch rein. Oh, ich weiß so, wenn ich an die Transkribierung dieser Episode denke, dann lache ich innerlich schon Tränen. Das kann nur gut sein. Also, Dis-Co. Tut das auf die KI, wenn die das liest. Ja, vor Fremdscham. Wir sind der einzige Podcast, der von keiner KI gelesen werden will, weil sie sich so schämen. Das ist schön. Das ist aber ein Qualitätsmerkmal. Und das würde ich dann mit aufs Cover setzen, wenn das so wäre. Also, Dis-Co hat einen Report released mit Daten von 17.000 Podcast-Hörerinnen. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man überlegt, wie viele Millionen Milliarden Podcast-Hörerinnen es mittlerweile weltweit gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine weitere Studie, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und da kam raus, dass Spotify die präferierte Podcast-Plattform ist. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist ja auch was, was mittlerweile sehr bekannt ist, dass es natürlich eine signifikant jüngere Zielgruppe als bei Apple Podcasts ist. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter die befragten Personen alle waren. Offensichtlicherweise war es eine jüngere Zielgruppe, wenn Spotify dort ganz vorne ist. Die Menschen über 65, die dort mitgemacht haben, haben nämlich angegeben, dass sie am liebsten Podcasts über Google Podcasts hören. Well. Okay. Und Apple Podcasts ist bei ihnen die beliebteste Plattform. Aber das haben wir ja schon. Nach dem Radio. Und das hat er weiter. Also, ja klar, diese Menschen hören halt noch Radio. Ich höre morgens ja auch noch Radio. Weiß ich nicht, kann man das hier so sagen? Wollen wir das rausschneiden? Deine Chef. Nein, Radio 1 ist mein Lieblingssender. Kleiner Shoutout. Ja, aber das deckt sich ja natürlich auch mit den Sachen, wenn wir jetzt mit unseren Plattformpartnern arbeiten, wissen, dass bestimmte Shows besser auf einzelnen Plattformen funktionieren, weil die Zielgruppen sich ein bisschen anders verteilen. Und dass Spotify ein bisschen jünger ist und Apple ein bisschen älter. Und diese auch so ein bisschen. Ja, man sollte ja sowieso bei allen Plattformen vertreten sein mit seinem Podcast. Also, man muss sich da ja für keine Plattform entscheiden. Ich habe auch was Schönes mitgebracht, was ich ganz nett fand. Und es ist im Grunde, Luisa, ein Appell an uns beide. Und zwar, The Podcast Host hat ein Indie-Pod-Manifesto herausgebracht. Die haben 1200 Podcaster, Indie-Podcaster befragt. Und zwar nach dem, was muss man mitbringen, um als Podcaster langfristig erfolgreich zu sein. Wir hören genau hin, was Sie zu sagen haben, Luisa, weil wir haben hier diesen Plan. Unsere neue Bibel. Also, 35 Prozent sagen, you are in it for the long game. Das heißt, man muss wirklich auf Langfristigkeit setzen und nicht denken nach fünf Folgen. Und damit kommst du jetzt, ne? Geht es durch die Dicke. Und da müsst ihr wissen, das ist ein diabolisches Grinsen, was mir hier von gegenüber. You stuck with me forever. Also, 35 Prozent sagen, okay, wir müssen das langfristig machen. Dann 19 Prozent sagen, gute Planung. Here I am again. Die Excel-Tabelle für mein Leben und für diesen Podcast existiert tatsächlich. 14 Prozent gute Ausrüstung. Wir sind hier bei Buchfunk im Studio. Alles ist schick. 10 Prozent Coaching, das heißt Beratung durch andere. Ja, kann ich da auch Therapie abrechnen? Ja. Im Grunde bei uns beiden heißt das, dass wir gegenseitig therapeutische Hilfe brauchen. Zumindest immer nach den Aufnahmeterminen. 7 Prozent Software, also wie du aufnimmst. Und 7 Prozent sind nur die Listens. Also, tatsächlich macht den Erfolg alles vorher so viel wichtiger als, sagen wir, die Anzahl der Hörer. Also, durch das wir hier sitzen, haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht. Das ist genau die Benchmark. So, und jetzt kommt es noch zu einer anderen Erkenntnis, die, ich finde, die man let it sink in, Luisa. Oh Gott, es kann nicht gut sein. Leute, die, genau, weil ich mich so freue. Dann, wenn du dich freust, da wird es stirbt, irgendwas gleich in mir. Wenn die Leute anfangen, einen Podcast alleine zu machen, dann werden sie an irgendeiner Stelle auf dem Weg sich einen Co-Host dazuholen. Das heißt, Podcasts, die einen Co-Host haben, sind erfolgreicher langfristig, als Podcasts, die mit einem einzigen Host starten. Das ist alles, was ich damit sagen will, you are stuck with me forever, as I said. Also, with me und forever. Oh Gott. Love that. Das kam bei diesem Indie-Pod-Manifesto raus und tatsächlich noch eine kleine Zahl am Ende. 32 Prozent der befragten Podcaster planen derzeit keinen Video-Podcast, also keinen Wodcast und auch in Zukunft nicht. Und wir hatten ja schon darüber geredet, dass wir gesagt haben, na, das wird für so viele Podcaster gar nicht interessant sein. Und da haben wir die erste Zahl, 32 Prozent in dieser Befragung sagen das. So, Luisa. Jetzt gab es aber nicht nur diese tollen, für uns entscheidenden Zahlen und Erkenntnisse, sondern für die Branche ist auch noch was anderes passiert. Genau, denn gestern wurde der Deutsche Podcast-Preis verliehen. Uhu. Yay. Und ich würde jetzt gerne einmal, ich mache mal so ein Shoutout an alle Gewinnerinnen. Yes. Genau, beste Newcomer, Kurt Krömer mit Feelings, herzlichen Glückwunsch. Yes. Ich bin persönlich großer Kurt-Krömer-Fan. Krömer-Fan. Ich war auf diversen Veranstaltungen, ist genau mein Humor. Füße hoch, der Witz kommt flach. Dann haben wir bestes Skript, beste Autorin und auch beste Recherche. Die Flut, warum musste Johanna sterben? Bestes Gespräch, Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein ganz, ganz, ganz tolles Format und super, super wichtig, wenn ich mich an die Nachrichten heute Morgen erinnere, wo mir präsentiert wird, dass die AfD bei der Sonntagsfrage auf 20 Prozent ist mittlerweile und man sich fragt, ob in diesem Land irgendwie alle mal geworden sind. Also, alle, die irgendwie durch die Gegend irren, geistig umnachtet, bitte hört diesen Podcast. Wer ritt den Anfängen? Bester Corporate Podcast, fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen, finde ich ganz gut. Dann, bester Independent Podcast, Sucht und Süchtig, Staffel 2. Super. Genau, ich mag deine Einwürfe. Kann ich noch ein Yay bekommen vielleicht? Dann haben wir, das waren also erstmal die Preise, die von der Jury vergeben worden sind und dann haben wir natürlich noch Publikumspreise und wenn ihr die Shows bis eben nicht kanntet, also Kurt Krömer habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, gehe ich jetzt mal von aus, aber jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in die, wie sagt man, in die. Du schaust mich an, wenn du danach fragst, wie man etwas sagt, ich bin die letzte Person, die du fragen solltest. Ja, das merke ich selber, das merke ich gerade selber, was mit mir nicht stimmt heute, aber okay, da kommen wir nachher nochmal zu. Publikumspreis Comedy, Hobbylos, Publikumspreis Lifestyle, Weird Crime, herzlichen Glückwunsch, Publikumspreis Nachrichten und Politik, The Pioneer Briefing, Berlin ist in the house, stelle ich hier gerade fest. Ja, absolut. Publikumspreis Wissen, Mordlust, Verbrechen und ihre Hintergründe, ein Crime-Format finde ich natürlich super, wie ihr hört, ist es ein bisschen weird, Publikumspreis Wissen und dann ist es Mordlust, ich weiß jetzt nicht, aber das hatten wir ja in der vergangenen Episode schon mit den Kategorien, in denen der Podcastpreis Berlin wird, dass das nicht so richtig deckungsgleich ist mit den Genres, die wir haben im Podcasting, gut, da müssen wir jetzt mit leben, Weird Crimes Lifestyle. Ich liebe das ja, ne? Wissen, Mordlust und Lifestyle Weird Crimes. Gut. Kann man mal machen. True Crime is everywhere. Ja, ja, wir können uns fortbilden bei Mordlust. Für uns beide ist das richtig? Für uns? Also für unser Umfeld nicht. Weiß ich nicht. Die können Vorbehalt haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen. Absolut, congrats. Ganz, ganz stark, viele Berliner Produktionsstudios mit dabei, Kurt Krümer, auch Berliner, also Berlin ist hier represent. Ja, aber es gibt ja so viele tolle Produktionen, all over the place, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr noch größer, noch besser und vielleicht andere Kategorien. Dann kommen wir nach diesem Bulk of Information mal wieder zurück zu unserem völligen Nonsens, den du und ich, professionell wie wir sind, jeden Tag so von uns geben. Außerhalb auch dieses Podcasts. In diesem Podcast, außerhalb des Podcasts, ich habe das Gefühl, wir machen gar keinen Unterschied. Ohne Absicht, unsere wunderbare Kategorie, wo wir Dinge sagen, über die wir offensichtlich vorher weder nachgedacht, noch länger drüber kontempliert haben. Kontempliert, das ist auch wirklich schräg bei dir, ne? Ja. So viel Fremdwörter. Und dann keinen gerade Satz sprechen können. I know. I know, it's a problem. Ich weiß es nicht. Maybe a sort of autism. Ich weiß, ich kann es dir nicht erklären. Aber weißt du, du arbeitest schon so lange mit mir, du solltest es eigentlich besser verstehen als ich. Ich, das ist ja das Gruselige. Ich verstehe es ja alles und mache dann den Simultanübersetzer für andere Menschen um uns rum, in deren Gesichter. Ich kann ohne dich eigentlich gar nicht mehr auf die Straße gehen, ne? Ja. Es geht allen so, Tina. Es geht einfach allen so. Okay. Was habe ich diesmal verbrochen? Dieses Mal, oh, das war auch ein schönes Ding. Ich, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir wollten in irgendeiner Art und Weise Gelder beiseite schaffen oder sonstiges. Ich weiß nicht, in welchem Moment du die Idee hattest, eine Postkartenfirma zu gründen. Denn das sagtest du irgendwann in einem Meeting, da gründen wir eine Postkartenfirma. Ja, das kann ich natürlich erklären, weil es ist ja nicht so, dass ich nur Metaphern und Sprichworte durcheinander bringe und vermische, sondern manchmal kriege ich nicht mal das mit dem Buchstaben richtig hin. Ich wollte natürlich sagen, da gründen wir eine Podcastfirma. Ey, und soll ich dir was sagen? Das verstehe ich jetzt erst. Ich dachte, du meinst, wir gründen eine Briefkastenfirma. Tina Jürgens, das ist ja krank. Jetzt verstehe ich mich auch besser. Hallo, herzlich willkommen bei Ihrem Wissenspodcast. Sie verstehen sich nicht selber, rufen Sie mich an. Das ist ja eine Art Therapiesitzung hier. Ich wollte eine Mischung aus Briefkastenfirma und Podcastfirma. Da ist eine Postkartenfirma rausgekommen. Und jetzt sagst du Podcastfirma. Und ich denke, sag mal, bin ich jetzt dumm? Offensichtlicherweise nicht. Aber deswegen ist diese Rubrik so wichtig. Damit ich hinterher verstehe, was ich eigentlich sagen wollte. Das Unbewusste in mir. Ich finde anders keinen Zugang als in diesem Podcast. Verrückt. Gut. Tina, und eine noch. Oh Gott. Ich habe noch was gesagt. Nee, du hast nicht noch was gesagt. Ich sage ja, ich könnte ein tägliches Format. Und irgendwann mache ich das. Irgendwann ist es soweit, Tina. Da stapfe ich hier jeden Tag her ins Studio und zeichne morgens zehn Minuten auf. Das brennt mir total auf den Fingern. Ja. Bitte? Was sagt man, Tina? Wie sagt man? Wie sagt man? Mir brennt was unter den Nägeln, heißt es eigentlich. Das ist aber stark. Und das kam jetzt ohne zu zögern. Ich hatte aber natürlich ein bisschen Zeit darüber nachzudenken. Mhm. Aber was brennt einem nicht auch was auf den Fingern? Kann man das nicht auch? Nee. Kann man nicht. Okay. Aber lass uns das vergessen und wir lenken gerade ganz kurz und geschmeidig von mir ab. Dafür hast du mal wieder Dinge geschrieben. Weißt du, das Schöne ist, wir ergänzen uns ja. Ich kann offensichtlich nicht sprechen. Ja. Du kannst offensichtlich nicht schreiben. Ich kann nicht schreiben. Wir hatten Knasti, wir hatten das Dick-Off-Meeting. Echt? Lauter E-Mails, die du schreibst, wo man das liest und sich denkt, was will diese Frau von mir? Das System String. Und an dieser Stelle, Luisa und ich haben immer noch alle Klamotten an. Wir sitzen hier nicht in Unterwäsche. Wir sind auch nicht mehr in dem String-Alter. Obwohl, das ist eine Merch-Idee. So, also, das System String, um schnell von dieser Idee wegzukommen. Schade. Auch das kann ich natürlich wieder erklären. Ich kann ja meine Sachen dann auch erklären. So wie ich. Naja. Es ging um ein Meeting, das System Söring. Ein wunderbarer Podcast, by the way. Ein ganz wunderbarer Podcast, der in diesem Sommer übrigens auch noch auf Englisch erscheint. Leute. Jetzt hätte ich gesagt, für alle englischsprachigen Hörerinnen. For all the English listeners, the system Söring is coming in English too. Oh Mann. We are native speakers. Totally. Ja, und da hat meine, da haben wir es wieder, diese Autokorrektur. Und auch wieder, ich grabe mir ja selber mein Grab. Ich verstehe das ja, wenn ich immer sage, die Autokorrektur, die Autokorrektur. Das sind ja meine Geräte. Ich weiß das. Und ich schreibe niemandem von meinen Strings. We don't know that. Um jetzt mal wieder für unsere englischen Hörer. Ich schwöre. Ich schwöre dir, deine Autokorrektur ist quasi der Zugang zu deinem Unterbewussten. Deine Autokorrektur schreibt, was du in Wirklichkeit fühlst und denkst. Das heißt, wenn man lasst es, du musst es rauslassen offensichtlich. Ja, das wird jetzt richtig philosophisch. Ja, es ist ein bisschen, diese Folge ist sowieso ein bisschen wie so eine Therapie. Ich habe schon das Gefühl, das ist so, die ist so dermaßen Guerilla mäßig heute. Ja. Ja. Es ist mehr so Straßenphilosophie dann in meinem Fall, mit Dick of Meetings, System Söring und Knasti. Es hat schon. Ich bin eben ein Mädchen aus der Hood. A rough side to it. Ja. Gut. An dieser Stelle möchte ich da nicht weiter drüber nachdenken, weil mir fallen gerade so viele Dinge aus. Luisa. Ja. Nachdem wir jetzt ohne Absicht unsere ganzen Versprecher hatten und Verschreiber in deinem Falle, möchte ich mal jetzt hier wieder zum ernsthaften Podcast bis zurückkommen. Wir haben ja diese wunderbare Kategorie Mitabsicht und so unglaublich tolle Frauen interviewt. Und dieses Mal, für diese Episode haben wir keine Gästin eingeladen, weil wir beide einfach mal durchatmen wollten und mal überlegen wollten, wie war das bisher. Reminissieren. Oh, Luisa. Du. Das habe ich fünf Minuten schon im Kopf gehabt, das Wort. Dass du unbedingt sagen wolltest. Fehlerfrei rauskommt. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Ich auch. Wir hatten tolle Gästinnen. Wir hatten Merle Kullé, die Maria Lorenz Buckelberg, Julia Schössler, Sarol Krause-Jentsch und Laura Terber in den ersten Interviews. Und bevor wir gleich zur nächsten tollen Frau weiter hetzen, wollten wir einfach mal kurz auf die Bremse treten und sagen, ey Mensch, wie war das eigentlich? Weil wir hatten wirklich tolle Frauen da und das mal so sacken lassen. Und Luisa, was gab es irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das hat mich bei allen Frauen irgendwie beeindruckt oder das zieht sich so durch diese Gespräche. So kannst du da was sagen? Die andere Art zu führen. Ich habe das ja in der vergangenen Folge. Ich tease hier immer auf alte Folgen. Merkst du, ne? Finde ich sehr gut. Long tail, long tail. Die Backlist hören, ne? Ich habe das ja in der vergangenen Folge gesagt, auch über Laura schon. Diese Transparenz und das Zugeben auch von Schwächen, das ist was, das ist mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, aus allen Interviews mit allen Frauen, ne? Auch eine Sarol, die gesagt hat, ey, man muss sich mal Hilfe holen, man muss sich auch mal irgendwie selber in den Schwitzkasten nehmen und sagen, ey, das musst du nicht alles alleine schaffen und du musst nicht alles wissen. Und das finde ich ganz, ganz stark, weil, und das habe ich auch in der vergangenen Folge gesagt, als ich angefangen habe zu arbeiten, richtige Arbeit beim Radio damals, da gab es eine komplett andere Attitude. Da gab es nicht, das weiß ich nicht, wenn du gesagt hast, das weiß ich nicht, dann warst du aber Mode, ne? Also, das hat sich total gewandelt, dass man heutzutage sagen kann, das weiß ich selbst auch nicht. Und bei allen Coaches und allen Panels und so weiter, die ich so verfolgt habe bisher, ist das immer wieder ein Thema, wenn man was nicht weiß, dann ist es fein zu sagen. Das weiß ich nicht. Und das darf man auch zugeben. Und man darf dann auch sagen, da muss ich mich erst mal kundigen oder da muss ich mich erst mal belesen. Und ich habe das Gefühl, je mehr Frauen in die Entscheiderpositionen kommen, Entscheiderinnen Positionen, wenn schon, denn schon, ich ziehe das hier durch, desto eher gibt es da einen kompletten Wandel, gerade bei dieser Grundeinstellung. Also, ich muss sagen, dass ich überhaupt grundsätzlich das unglaublich berührend und beeindruckend fand, wie ehrlich alle waren. Und du kannst ja auch in so ein Interview gehen und sagen, I've got my shit together, ich wusste immer, was ich mache, ich bin die fucking Queen hier und was wollten die eigentlich von mir läuft nach Plan. Und keine von diesen wunderbaren Frauen hat das gemacht, sondern die haben uns alle irgendwie Einblicke gegeben in, ja manchmal wusste ich das auch nicht oder es war nicht geplant, dass ich meine Firma gegründet habe. Wie bei der Julia, die gesagt hat, das war eigentlich, die haben eigentlich ein totales Sicherheitsbedürfnis, aber ich mache das jetzt trotzdem. Und auch die Maria, die sagt, ich bin halt sehr transparent und zeige, wer ich bin. Oder Sarul auch, die gesagt hat, ja, ich habe da schon mal quasi so ein Festival mit organisiert und wollte da groß einsteigen und das ist total gegen die Wand gegangen und da hatte ich ein ganz schönes Low. Genau und das, allein das so zuzugeben, und das muss ja niemand tun. Also da nochmal ein großes Dankeschön an unsere tollen Gästinnen, dass sie das mit uns gemacht haben und das Vertrauen hatten. Und ich finde es aber auch sehr bereichernde Gespräche und das sind ja alles Frauen, die wir, du und ich, durch den Beruf kennen, zu denen wir aber natürlich ein vertrautes Verhältnis haben. Natürlich führen wir alle solche Gespräche unter vier Augen, beim Essen oder wenn man sich mal so trifft. Aber so vor das Mikrofon zu gehen und das zu sagen, das finde ich schon toll und es erfordert auch, finde ich, Mut. Und aber ich bin da auch total bei dir. Es zeigt eine andere Art des Führens und eine andere Art, mit Dingen umzugehen. Und da fällt mir auch die Laura vom letzten Mal ein, dieses kollaborative Denken. I'm there for the team. Mein Team ist der Champion. Ja. Und es ist nicht mehr diese One-Woman-Show. Ja, dieses Selbstabfeiern, ne? Ja, und aber auch gleichzeitig mit dem, was du vorher gesagt hast, dass man auch nicht den Anspruch an sich haben muss, immer alles zu lösen und immer, weißt du, da alleine im Wald zu stehen und irgendwie das alles immer alleine rumzureißen. Alleine im Wald zu stehen. Fragt mich nicht, woher das kommt. Und vielleicht habe ich zu viel Stranger Things geguckt. Was dir ja auch nicht so bekommen ist, wie ich weiß. Aber das fand ich irgendwie schön, ne? Das ist, du bist Superwoman, aber du bist Superwoman with a team. Ja. Und das habe ich so mitgenommen. Und ja, und auch wirklich die Größe zu besitzen, das zu sagen, wo man auch mal nicht wusste, wie es weitergeht oder wo man sich hinterfragt hat. Oder auch die Laura, die gesagt hat, Mensch, am Anfang habe ich mir Sorgen gemacht, dass die Leute mein Team mich nicht mag oder nicht mehr gut finden oder so. Es sind ja lauter Sachen, die fragen sich ja irgendwie alle. Ja, das stresst einen, das stresst mich manchmal auch, dass ich denke so, okay, jetzt muss ich mal irgendwie unliebsame Entscheidungen treffen. Boah, hoffentlich nehmen die das nicht persönlich. Da muss man sich dann auch irgendwie erst mal von frei machen. Man ist jetzt nicht so, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin nicht everybody's darling. Weiß ich nicht, woher du das heißt. Und habe auch nicht den Anspruch. Aber das ist natürlich was anderes. Gerade wenn man ein kleines Team hat und wir sind eine All-Female-Company, dann ist einem das schon wichtig, ne? Dass das Team auch hinter einem steht und dass das Team einen mag, ne? Ja, das war für mich ein großer Aha-Moment, dass dieser Part in Laura's Interview. Aber auch, dass sie darüber redet und sagt, am Anfang war mir das total wichtig und ich musste da auch sozusagen durch so eine Lernkurve gehen und sagen, naja, ich kann nicht, das ist auch meine Rolle, die müssen mich auch mal doof finden können, weil sonst kann man auch diesen Job nicht machen. Aber Luisa, ich glaube, du, dich haben auch viele andere Dinge begeistert, die wir bei diesen Interviews rausgefunden haben. Hunde, Computerspiele, schlechte Playlists, alles dabei, was ich liebe. Love it. Ja. Ja. Ne? Also ich kann nur sagen, ich fand all diese Gespräche total bereichernd. Ich freue mich sehr auf die weiteren Gespräche in der Hoffnung, dass unsere Gästinnen, die in Zukunft hier in diesem Podcast Gehör finden werden, auch so offen und so ehrlich. Oh, und wir haben noch ganz, ganz tolle. Oh, Luisa weiß, wie man teast. Ich habe das hier alles, ich habe das kleine Podcast-Marketing-ABC aufwendig gelernt. Verstehe. Da müssten wir eigentlich auch so gleich so ein Audiogram draus machen, aber gut, lass uns das hinterher besprechen. Yes. Kommen wir zu unserer wunderbaren Kategorie der Guilty Treasures. Ja. Luisa. Mhm. Nachdem du gestern, gestern, nachdem du letztens, ich bin, darf ich das sagen, ich bin völlig disorientiert. In einem warmen Studio in Berlin, ich kann nicht mehr reden, ich kriege hysterische Lachkrämpfe, meine Schminke ist schon total verlaufen, weil ich wegen eines Lachkrämpfes so weinen musste hier in diesem Studio. Also bear with me. Nachdem Luisa die letzte Folge so geslayt hat, muss ich natürlich jetzt aufholen. Du hast Nachtschicht eingelegt. Ich habe einfach manisch gehört, damit ich hier was vorzuweisen habe. Zieh durch, los. Nicht alles, was man hört, ist ja gut. Man möchte ja hier wirkliche Empfehlungen geben. Wir nehmen das hier fucking serious. Also, Burning Sun. Ein, wieder mal BBC-Projekt. Burning Sun ist eine Season über einen K-Pop-Star. K-Pop ist ja für alle... Oh, jetzt bin ich gespannt. Erklär mir, was K-Pop ist. Do it. Meine kleine Nichte in Kanada, ihres Zeichen 16 Jahre alt, Nora, I love you, ist großer K-Pop-Fan und hat mir extra für mich eine Playlist gemacht, als ich das letzte Mal in Kanada war, damit ich mich da mal reinhöre. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch, nur für mich, damit Tante Tina... Ich denke, bei K-Pop, das ist eine Art Kellogg's. Damit du mal meine Flughöhe. Ja, das ist schon wieder so. So, und meine Nichte war so lieb, mir diese Playlist zu machen, hat gesagt, Ante Tina, du bist zwar alt, aber hier, höre dich da mal rein. Du hast ja offensichtlich gar keine Ahnung. Dann habe ich das gehört und festgestellt, das ist einfach nicht meins. Aber das ist natürlich ein Millionen, Milliarden Geschäft, was ja nicht nur in Südkorea funktioniert oder in Asien, sondern das ist ein weltweites Ding. Ein total krasses Phänomen. Total krasses Phänomen. So, und Burning Sun ist ein Format, was einen dieser K-Pop-Stars, ich kann den Namen nicht gut aussprechen, deswegen lasse ich den Namen jetzt weg, weil sonst, weiß ich nicht, möchte ja auch niemandem zu nahe treten, verfolgt die Spur eines Stars, der schon seit Jahren sehr, sehr erfolgreich ist, nicht nur als Sänger, sondern auch im TV dort und so weiter, der vor einigen Jahren beschuldigt wurde, seine Partnerin beim Sex zu filmen. Ohne Erlaubnis. Das wurde dann so hasch hasch, kurz unter den Teppich gekehrt und man hat so getan, nee, nee, es war alles einvernehmlich und so. Und dann wurde es wieder beruhigt und alles war gut und dann kam aber diese Journalistin und hat das weiter verfolgt und hat mehr so Fälle gefunden. Und es gibt sozusagen eine Whistleblowerin, die auf irgendwelchen Wegen das Handy dieses K-Pop-Stars in die Hände bekam und auf diesem Handy nicht nur... Video-Content gefunden hat, sondern auch Chat-Verläufe mit anderen großen, nicht nur K-Pop-Stars, aber Stars aus dieser Entertainment-Industrie. Die hatten so Chat-Verläufe, wo sie über Frauen und über ihre sexuellen Abenteuer, ich tue das in Anführungszeichen gerade, sich despektierliche Nachrichten eigentlich schreiben. Und sie haben sich abgefeiert oder was für ihre Bettgeschichten. Ja, aber Bettgeschichten im Sinne von, da scheinen auch Drogen im Spiel zu sein, die Frauen werden sozusagen, ne, so vorgeführt beim Sex. Jetzt hab ich ja gerade so einen Ro-Zero-Moment. Ja, und das ist also diese Staffel sehr, sehr interessant, weil es einerseits Einblicke gibt, natürlich in diese ganze K-Pop-Industrie und so weiter. Und wie schwierig das ist, auch gegen diese Fangemeinschaft anzukommen, weil die haben ja total aktive Fans. Und wie schwer das ist, also mit solchen Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Fans sich einfach platt machen. Na klar. Das ist interessant. Und auch da wieder, ne, mächtige Männer, was ist einvernehmlich, was ist nicht einvernehmlich. Was ist auch nachweisbar. Was ist nachweisbar und so weiter. Ganz, ganz tolles Format, kann ich sehr empfehlen, Burning Sun. Mein nächstes Format ist von der New York Times, The Retrieval. Und worum geht es da und warum hab ich das mitgebracht? Einmal die Storyline. Wenn man IV macht, also in vitro in Deutschland, also diese Fruchtbarkeitsgeschichte, wo man sich seine Eier als Frau rausnehmen lässt, um sie dann im Reagenzgas zu befruchten und wieder einzusetzen, damit man schwanger wird. Diese Technik wird in diesem Podcast angeschaut und vor allen Dingen, wie diese Eier quasi aus dem Körper geholt werden. Was ist die Story? Viele Frauen in den USA sind zu einer sehr renommierten Klinik gegangen, haben das gemacht und haben bei der Prozedur unglaubliche Schmerzen gehabt. Obwohl es natürlich dafür Narkoseprotokolle und sowas alles gibt. Und trotzdem haben die alles gemerkt. Die haben auch den Schwestern und den Ärzten gesagt, ey, ich hab total Schmerzen, das ist ja furchtbar, bla bla bla. Oh Gott. Und diese Klinik hat immer gesagt, nee, das kann nicht sein und wir haben ihnen schon das Höchstmaß gegeben, dann so. Und wenn es ein Fall gewesen wäre, dann würde man meinen, gut, das ist vielleicht ein Sonderfall, keine Ahnung, aber, und das findet dieser Podcast eben auch raus, es waren über 200 Frauen. Oh Gott. Und trotzdem haben die Schwestern und die Ärzte in diesem System die Frauen mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Overall Picture oder die Overall Storyline. Wie wird mit Beschwerden von Frauen umgegangen, nimmt man die ernst? Und dann gibt es, weißt du, die hysterische Frau, wir gehen zurück zu Freud und so weiter. Und das finde ich so spannend an diesem Podcast, dass es nicht nur darum geht, na, da hat eine Schwester irgendwie Fetanil geklaut und so weiter, sondern wie geht die Gesellschaft eigentlich damit um, dass Frauen sagen, ey, das ist für mich nicht in Ordnung und ich möchte, dass hier jemand mal was macht. Ja. Und dieses Diskreditieren von weiblichen Erfahrungen, also das fand ich ganz toll. Und nachdem das jetzt... Fand ich ganz toll. Ja. Also den Podcast. Hey, fang mal machen. Und nachdem ich jetzt wieder so, wie immer, ganz fröhliche, leichte Sachen mitgebracht habe, dachte ich, Luisa, nur für dich... Oh Gott. ...habe ich ein Format gefunden. Äh, ein Teil von mir hat Angst, ein Teil von mir will es wissen. Gut, wir nehmen den Teil, der es wissen möchte. Dis and Tell von Wondery. Der Name sollte dich schon ansprechen. Jetzt müssen die HörerInnen Folgendes verstehen. Oh Gott. Luisa hat mich... Jetzt erzählst du Sachen. Ja, genau. Das muss jetzt mal gesagt werden. Luisa hat mich angesteckt auf eine ganz ungesunde Art und Weise mit ihrer Sucht nach Reality-TV-Trash-Shows. Und es fing an mit The Real Housewives of Beverly Hills. Völlig nicht ahnend habe ich das geschaut und es war ein bisschen wie bei einem Unfall. Ja. Es ist ganz schrecklich und man kann nicht weggucken. Ja. Und seitdem das angefangen hat, bin ich auf so eine ganz komische, selbstzerstörerische Art und Weise hooked. Ah. Und Luisa... Das ist mein Werk, das Monster, das ich geschaffen habe. Richtig. Ah. Und jetzt habe ich natürlich gedacht, muss ich irgendwas finden, was so da so reinspielt. Und Disentell... Also jetzt hast du mich. Jetzt, ja genau. Disentell ist ein Format über solche Skandale wie Britney und ihre Schwester oder Black China und die Kardashians und Schnicki-Schnack. Ja, genau. Ich wusste, dass das für dich ist. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen erinnert an Even the Rich von Wondery. Oh ja, eine sehr, sehr gute Show. Die ich, als sie angefangen hat, richtig toll fand. Und British Scandal auch von Wondery, auch ganz toll. Auch gut. Mit dieser Dynamik und wie sie über Sachen reden und so weiter. Und ich dachte, auch wenn es jetzt nicht persönlich mein Format wäre, weil kein Trauma, kein Missbrauch, kein, ich weiß es nicht, Katastrophen, zu positiv. Ist einfach, genau, ist mir einfach zu positiv. Disentell nur für dich. Oh, liebe ich. Liebe ich. Ist abonniert. So. Meine drei Shows. Okay. Hm. Ich habe zwei mitgebracht und ich habe gerade festgestellt... Ha, zwei. Leute. Oh, hört euch die an. Nee, ich habe zwei mitgebracht und ich habe festgestellt, wir haben heute nur englischsprachige Formate. Jetzt mache ich es uns mal beiden, jetzt mache ich uns beiden mal richtig Druck. Beim nächsten Martina empfehlen wir ausschließlich deutsche Formate. Och. So. Also. The Referral with Dr. Karen habe ich mitgebracht. Und Dr. Karen ist so ein geiler Dude. Den habe ich auf der London Podcast Show live gesehen. Ich kannte ihn überhaupt nicht, weil er ist ein riesen TikTok-Star und ich habe kein TikTok. Ich verweigere das. Nicht, weil ich neuen Techniken nicht aufgeschlossen bin, sondern weil mir das alles viel zu schnell geht. Ich kann das gar nicht verarbeiten, diese Videos. Der Typ ist ein Doktor im NHS, also im National Health Service, also ein richtiger Arzt und der hat jetzt einen Podcast gestartet mit Sony Music Entertainment und das ist super unterhaltsam. Der widmet sich jedes Mal einem bestimmten Thema, das natürlich mit dem Körper, Körpergesundheit und so weiter zu tun hat. Die erste Episode ist besonders gut, da geht es um den Orgasm Gap zwischen Frauen und Männern. Den es ja bekannterweise gibt. Und er hat eine Kollegin eingeladen und unterhält sich darüber mit ihr, warum das so ist. Warum das Thema Orgasmus bei Frauen immer noch so, wie sagt man, unterpräsentiert ist? Schlecht bearbeitet? Alles, was du für Worte jetzt findest. Ja, und ich wundere mich, warum meine Autokorrektur mir so Sachen vorschlägt, weil ich muss das hier an der Vorbereitung hier reinschreiben, wer weiß, was ich demnächst für Meetings mache. Naja gut, auf jeden Fall erklärt sie so ein bisschen, worin das begründet liegt. Teilweise sind das natürlich Dinge, die uns als Frauen bekannt sind. Hast du Stress? Hast du die Kinder im Nebenzimmer? Hat der Typ morgens dich schon genervt? Dann hast du natürlich abends, bist du weniger orgasmusfähig, als wenn du super entspannt bist und alles cool ist. Was eine besonders gute Geschichte, die sie erzählt hat, ist, dass sie mal eine Patientin hatte. Die hat ihr erzählt, die hatte mit ihrem Mann, das ist eine super amüsante Geschichte, die hatte mit ihrem Mann Sex und der ist dann an ihr runter, going down, Stichwort Oralverkehr. Und mittendrin unterbricht er und dreht sich um und guckt Football. Nein! Ich weiß gar nicht, warum sie nicht kommen konnte. Ja. Also. What happened? Frigide, Alte. Also da musste ich richtig lachen. Diese Show heute kriegt explicit. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Okay. Ich habe nie ein Hehl draus gemacht. Das ist wirklich eine super unterhaltsame Show. Müsst ihr euch reinziehen. Englisch natürlich, aber es ist britisches Englisch, es ist keine shortische Show. Oh mein Gott, es ist einfach toll. Und er hat einen super Humor und er erklärt die Sachen. Und nebenbei kann man ihm natürlich auch Fragen stellen per E-Mail und er beantwortet die alle im Podcast. Es ist wirklich super unterhaltsam, Tina. Du bist hooked, ich seh das. Ja. Die zweite Folge, da hab ich sehr viel gelernt. Es gibt Fäkaltransplantationen, es gibt einen Begriff, der heißt Superpuper und es gibt ein sogenanntes Bumgun. Und das möchte ich jetzt einfach mal hier stehen lassen. So. Nach Bumgun hab ich natürlich noch eine Show mitgebracht. Ich hab heute mal eine Show mitgebracht, die ist eigentlich sowas wie ein Klassiker. Die möchte ich aber vorstellen, weil mir aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele Leute die noch nicht kennen und die muss man eigentlich hören. Ist fantastisch. Die muss man hören. Ist fantastisch. Ich hab die nie empfohlen, weil ich immer dachte, jeder hat den schon gehört. Aber offensichtlicherweise nicht. Wind of Change. Pineapple Street Studios, Crooked Media und Spotify ist eine ganz verrückte Geschichte. hat mit dem Song zu tun, Wind of Change von den Scorpions. Ich persönlich bin kein Fan, auch wenn das ja der Song der Wende gewesen ist. So fair muss man sein. Und zwar geht es genau um diesen Song. Es gibt ein Gerücht, dem zwei Reporter, Journalisten auf den Grund gehen. Nämlich, dass dieser Song gar nicht von den Scorpions geschrieben worden ist, sondern vom CIA. Abgefahrene Verschwörungstheorie. Die reisen tatsächlich nach Russland und also gehen wirklich der Sache total auf den Grund. Es ist super, super unterhaltsam und ganz verrückt, was die alles ans Tageslicht würde. Diese Show, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist gefühlt tausend Jahre alt. Aber so, so gut muss man hören. Absolut. Das ist ein Klassiker des Genres. So, Luisa. Wir haben ja immer am Ende auch Wissen. Und nicht nur sexuelles Wissen, was wir gerade von dir mitbekommen haben. Super, puper. Ich stelle mir so eine Aber-Version vor. Super, puper. Oh mein Gott, da sind wir schon wieder. Wir sollten eine Band, aber gut, es sei hier immer wieder. Wir wollen ja auch, dass die Leute schlau aus diesem Podcast gehen und nicht denken, Dafür habe ich doch jetzt gesorgt. Voll einen an der Klatsche. Ja, aber für die Podcast-Branche, Luisa. Du bist ja eigentlich unsere gute Fee des Wissens, auch wenn ich letztes Mal kurz reingegrätscht bin. Ja, ja. Aber du hast natürlich immer die saftigeren Themen und die schöneren Themen. Wir sind also beim Podcast Wiki und du hast uns heute was mitgebracht? Was müssen wir verstehen? Ich wollte einmal ganz kurz erklären, was ein Hostread ist und was ein Podcast-Spot ist. Mit beiden haben wahrscheinlich alle HörerInnen, die mit dem Podcast-Medium schon länger zu tun haben, schon Berührung gehabt und wissen eigentlich Bescheid, was es ist. Aber durch das ganze positive Feedback wissen wir ja jetzt, dass wir auch viele HörerInnen haben, die nicht so tief im Thema stecken. Und die möchte ich einfach mal abholen, indem ich Ihnen mal ganz kurz aufschlüssele, was was ist. Also ein Hostread oder ein Co-Hostread ist im Prinzip eine Podcast-Ad, ein Werbebeitrag, in dem der Host oder die Co-Host das Produkt persönlich vorstellt, in eine persönliche Geschichte einbettet. Das ist meistens so mindestens 60 Sekunden lang, weil wenn man überlegt, das wird in eine Story eingebaut, dann muss es eine gewisse Länge haben. Da bricht es so nicht mal eben in 30 Sekunden runter. Es ist ein ganz persönliches Endorsement mit einem Call to Action, der dann am Ende heißt, keine Ahnung, jetzt abonnieren, jetzt Rabatt, whatever. Und das ist bei ganz vielen Studien rausgekommen, ein Co-Hostread oder ein Hostread hat die allerhöchste Akzeptanz bei den HörerInnen und die beste Werbewirkung. Also das ist wirklich das Tafelsilber in der Podcast-Werbung, möchte ich es jetzt mal liebevoll nennen. Dann gibt es einen Podcast-Spot und das hört man immer mehr. Gerade bei Spotify hört man jetzt viele Podcast-Spots, leider ohne Werbetrenner, freundlicher Shoutout. Ein Podcast-Spot ist ein speziell für Podcast-produzierter Audiospot. Das ist kein Radiospot und das werde ich nicht müde zu betonen. Warum ist es kein Radiospot? Podcast ist ein Kopfhörermedium und gerade jetzt in diesem Zeitalter, wo die meisten Leute keinen Overhead-Kopfhörer mehr nutzen, sondern einen In-Ear-Kopfhörer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ein Podcast-Spot produziert wird und eben nicht der Radiospot aufgeschaltet wird, weil die Tonality ganz, ganz anders ist. Die Aufnahme ist auch meistens männlicher oder weiblicher Sprecher. Wir empfehlen immer beides zu machen. Dann kann man das rollierend, also im Wechsel einsetzen in den Ad-Servern, möglichst Voice-only, also wirklich nur das gesprochene Wort. Und wenn man Musik und Sound nimmt, dann bitte nur reduziert, weil es wirklich im Kopf der HörerInnen ist. Das habe ich auch in der vergangenen Folge gesagt. Näher kommt man nicht ran. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass die Tonality dementsprechend eingesetzt ist oder angepasst ist. Und dann hat natürlich ein Podcast-Spot auch eine persönliche Ansprache und Erzählhaltung und sollte ganz klar aufgebaut werden. Und die Gemeinsamkeit mit einem Radiospot ist lediglich die, dass so ein Podcast-Spot in der Regel 30 Sekunden lang ist. Das ist eigentlich das, was jetzt vorrangig eingesetzt wird. Der kann auch schon mal 60 Sekunden lang sein. Aber 30 Sekunden ist eigentlich das, was bei den Hörern am akzeptiertesten ist. Also es haben hoffentlich alle wieder dieser Lady zugehört, als es darum ging, mehr zu verstehen, was in unserer Branche so passiert und vor allen Dingen, woran man sich so halten sollte. Wenn also jemand mit dem Thema Host-Read-Podcast-Spot auf euch zukommt, könnt ihr jetzt sagen, I know it all. Am Ende unserer Folge, Luisa, gibt es ja eigentlich mal den Luisas-Rant des Monats. Und ich weiß, du bist gerade hundelos und wolltest ein bisschen was darüber erzählen, wie das für dich sich so anfühlt. Wir sind wieder bei diesem Therapie-Teil, der offensichtlich immer wichtiger wird. Es ist so gestört. Aber ich möchte vorher auf was aufmerksam machen, was uns heute Morgen begegnet ist, auf der Fahrt hierher. Man muss dazu wissen, wir wohnen nicht im gleichen, aber in anliegenden Stadtteilen. Das heißt, Luisa müsste eigentlich die gleiche S-Bahn zum Studio hier in Berlin nehmen, wie ich. Müsste. Kollegial wie ich bin, schreibe ich eine Nachricht vorher und sage, du, ich nehme jetzt die S-Bahn um so und so. Ich wollte noch dazu schreiben, nehme den letzten Wagen oder so, dass wir uns schon mal in der S-Bahn treffen können. Und dann kriegte ich nur so. So weit, so gut. Und ich fand, es ist geradezu ein normales Verhalten, was so Großstädter machen, die nahe aneinander. Dann kriegte ich nur so eine kryptische, frag nicht, bin in der U-Bahn und denke, was für ein Drama ist bei Frau Abraham wieder passiert. Kannst du das erklären? Erklären kann ich es nicht. Das sage ich schon mal gleich. Es trug sich Folgendes zu. Ich wohne sehr lange schon in Berlin. Jetzt bin ich, naja, was sollen wir lange drumherum reden? Ich bin verpeilt. Ich muss immer in der BVG-App gucken, wie komme ich von A nach B. Ich gucke manchmal auch wirklich bei Google Maps, weil ich teilweise selbst nicht weiß, wo ich bin. Auch wenn das Studio in der Zwischenzeit nicht umgezogen ist? Ja, ich ja auch nicht. Aber das ist einfach, ich weiß nicht, das ist zu viel für meinen kleinen Kopf. Ich komme eben aus einer kleineren Stadt, da konnte man alles fußläufig erreichen mit dem Fahrrad. Ich bin nicht gemacht für diesen Moloch. Auf jeden Fall gucke ich heute Morgen wieder, wie komme ich nochmal ins Studio, in das ich eigentlich oft fahre und sehe, ah ja, hier, klar, kann ich ja durchfahren, das ist super praktisch. Ja, gesagt, getan, geh mir noch einen Kaffee holen, weil es ist Freitag, ich bin immer nicht so richtig auf Zack dann ohne Kaffee und steige in die Bahn und sitze da und freue mich und höre Musik und dallere rum und bekomme von dir diese Nachricht und denke, ja, das ist klar, das können wir ja wieder machen. Und denke dann, sag mal, wieso sitze ich denn in der U-Bahn? S-Bahn, ich wollte doch zur S-Bahn, ich kann doch mit der S-Bahn durchfahren. Ich musste erst mal gucken, wo sitze ich überhaupt drin? Warum, kann ich bis jetzt nicht sagen, das ist ferngesteuert. Auf jeden Fall musste ich dann nur zweimal umsteigen und dann war ich auch schon hier. Warst du schon hier? An dieser Stelle, Civis, die noch auf der Suche sind nach so einem Betreuungsfall? U-30. Okay, das wird jetzt schwierig. Wegen der Kraft, wegen der körperlichen Kraft, nicht, weil ich gucken möchte. Nee, gar nicht. Können Sie sich gerne bei uns melden, denn so wie ich nicht außer Haus gehen kann, weil mich niemand versteht, weil ich offensichtlich völligen Kauderwelt spreche, kann man Luisa nicht vor die Tür treten lassen, weil Luisa einfach random in irgendein Verkehrsmittel einsteigt, um irgendwo hinzufahren. Ich bin die verwirrte Frau, der ihr über die Straße helfen müsst und die dann auf der anderen Straßenseite feststellt, dass sie da gar nicht hin wollte. Nee, vielleicht brauche ich auch einfach irgendwie so einen Hund, so einen Leithund. Du hast doch schon einen Hund, das hilft doch nicht. Ja, der ist ja nicht da. Also Civis, Civis an dieser Stelle, meldet uns, meldet uns bei euch. Oh Gott. Meldet euch bei uns. Du siehst daran jetzt, an diesem Austausch. Ja, du brauchst einen, der geht für dich einkaufen, der spricht so mit Menschen, der führt so die Small Talks und so. Ich brauche einen, der mich an der Hand nimmt und in dir. Ja, das brauche ich alles nicht. Ich will einfach nur, weißt du, Kühlschrank voll, alles funktioniert, Excel, mein Leben eine Excel-Tabelle, so. Da muss ich mich mit niemandem unterhalten, das finde ich wunderbar. Ich glaube, an der Stelle hören wir einfach auf, Luisa, weil es wird immer schlimmer mit uns beiden. Das kann ja auch keiner mehr hören, weißt du? Das kann ja keiner hören, uns beide hier, wie wir. Ja, nee. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Es tut mir sehr, sehr leid. Alle, die noch zuhören. Ja. Und wir hören uns wieder in einem Monat, wenn es wieder heißt, mit Ansage und Absicht. Wenn ich es ins Studio schaffe. Stimmt. Bis dahin. Das war mit Ansage und Absicht von Zebra Luschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Bofunkstudio. Aufnahmeleitung. 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 Vielen Dank.